Amore infinito, Giro, 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 pizza, pasta, emotion, Giro, 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 conturi, misco, Amore infinito, Giro. Herzlich Willkommen bei Slevenstream Sport in Italien beim Giro d'Italia. Wir sind schon bei der 16. Etappe. Das geht ja rucki zucki heute 202,5 Kilometer und das wird es in sich haben. Es geht nämlich über den Stelvio. In der Realität ist die Etappe ja ein bisschen anders gestaltet worden. Da sind sie glaube ich ungefähr hier dann gestartet, weil es zu schlecht Wetter war. Es hat geschneit, es hat gestürmt, es hat gehagelt. Das mussten sie also alles absagen hier. Und dann sind sie glaube ich hier gestartet. Also die Etappe war deutlich einfacher. Bei uns wird sie richtig hart, aber danach dieses lange Flachstück. Ich weiß nicht, ob da so viel passiert, ehrlich gesagt. Denn die Ankunft am Ende hinauf zu Santa Cristina Val Gardena ist dann nicht ganz so anspruchsvoll. Auch wenn es am Ende ein bisschen steil wird. Also wir dürfen gespannt sein, was heute passiert. So, unser Ziel hier ist jetzt erstmal ganz klar. Wir wollen natürlich mit Valentin Parapintre hier weiter Bergpunkte sammeln. Der ist ja aktuell im Bergtrikot, wie ihr hier sehen könnt. Wir schauen uns jetzt gleich mal das Classement an. Wir werden uns auf jeden Fall hier lösen vom Hauptfeld. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Sieht schon mal ganz gut aus. Bergwertung gibt es hier jetzt erstmal keine. Aber dann gibt es eben am Stelvio 50 Punkte. Der zweite kriegt 30 und der dritte 20. Also da müssen wir vorne reinfahren. Und im Classement sieht es gar nicht so schlecht aus, aber es ist eng. Also Florian Stork liegt nur 5 Punkte hinter uns. Und auch Chavez ist noch sehr, sehr nah dran. Und unsere beiden Parapintres, die müssen sich sputen, da vorne zu bleiben. Hier sehen wir Storer. Also das ist der Teamkollege von Stork, glaube ich. Dann haben wir Wutz, Piganzoli, Alaphilippe, Geschke. Die sind alle vorne mit dabei. Und hier haben wir dann das Hauptfeld. Also 7 Ausreißer aktuell. Aber es scheint, als hätte Badiani irgendwas dagegen. Die wollen wahrscheinlich Pelizzari in die Gruppe bringen. Ja, jetzt fahren sie auch weg. Walgreen ist auch weg. Und Pelizzari hat sogar noch einen Helfer dabei mit Macellusi. Also das machen sie richtig gut. Wir werden hier gerade ein bisschen abgehängt. Die fahren echt richtig schnell hier vorne. So, aber jetzt kommen wir vorne ran. Und jetzt fahren wir auch. Und ich bin ehrlich gesagt nicht unbedingt gewillt, hier die drei Kollegen noch ranzulassen. Weil Pelizzari, auch wenn er 8er ist in der Bergwertung, wenn der die 50 Punkte holt, dann ist er ganz schnell wieder dran. Und das ist natürlich ein Gegner, den wollen wir nicht haben. Deswegen möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass die rankommen. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen schneller. Vorsprung auf die drei ist 1,40, 1,50. Zwei Minuten, also die kommen. Stand jetzt nicht ran. Und das ist ein gutes Zeichen. Das Feld ist schon 6,5 Minuten zurück. Also das sieht für uns eigentlich ganz gut aus. Jetzt schalten wir den Einsatz runter. Und fahren jetzt mal bergab hier. Wir arbeiten auf jeden Fall mit. Wir wollen der Gruppe signalisieren. Wir sind daran interessiert, dass die läuft, die Gruppe. Zwei Minuten der Vorsprung auf die drei Verfolger. Das sieht also sehr, sehr gut aus. So, und wenn es jetzt dann im Berg hoch geht, werden wir das Ganze gleich ein bisschen anders gestalten. Denn ich möchte dieses Rennen natürlich schon schwer machen. Und dementsprechend fahre ich jetzt hier das ganze Ding von vorne. Dann schauen wir mal, ob wir den ein oder anderen abhängen können. 15 Kilometer sind es noch. Die drei hinter uns kommen ein bisschen näher. Klar, die sind brutal starke Kletterer. Also Pelizzari vor allem. Die anderen beiden jetzt nicht so. Wir fahren mit 73 Einsatz. Das werden die hinten niemals schaffen, aufzuholen. Beziehungsweise sie werden dabei extrem kaputt gehen. Und dann natürlich keine Chance mehr haben, gegen uns das Ding jetzt oben zu gewinnen. Ihr seht es auch. Abstand jetzt auf drei Minuten gestiegen. Jetzt sind die beiden Badiani-Kollegen auch alleine. Da konnte Walgren nicht mehr mitgehen. Im Feld müssen wir auch aufpassen, dass das Tempo nicht höher wird und wir abgehängt werden. Aber das sieht soweit gut aus. Acht Kilometer noch. Vorne haben wir noch keinen abgehängt. Sieben Fahrer immer noch. Das sind natürlich alles sehr, sehr starke Fahrer. Aber wir haben plus zwei Tagesformen. Deswegen können wir es uns eigentlich erlauben, hier mit diesem Einsatz hochzufahren. Aurélien wird es nicht bis ganz nach oben schaffen. Der wird jetzt gleich abgehängt. Aber ich glaube, wir haben die anderen Kollegen auch ordentlich müde gefahren. Also ich bin da relativ optimistisch. Ich verpflege mich jetzt mal. Aurélien könnte vielleicht den Anschluss wieder schaffen. in der Abfahrt. Aber drei Kilometer, dreieinhalb. Da wird er einen großen Rückstand haben bis dahin. Also wir bauen da jetzt erstmal nicht drauf. Wichtig ist für uns, dass wir diese Wertung gewinnen. Aber die anderen machen echt nicht schlapp. Ich dachte, dass ich die da loskriege. Jetzt wirkt der Riegel. Jetzt greife ich mal ganz kurz an. Schauen wir mal, ob die Tempoverschärfung jemanden erwischt. Jawohl. Geschke und Alaphilippe. Und das ist gut. Denn Alaphilippe ist vom Sprintwert her natürlich einer, der den Sprint gegen uns gewinnen würde. Den und Geschke haben wir jetzt erstmal geknackt. Aber die drei anderen Kollegen sind noch mit dabei. Oh, das wird eng. Das wird ganz eine enge Kiste. Wir haben das ganz gut berechnet, glaube ich. Wir werden da relativ genau bei der Ziellinie dann leer sein mit den Balken. 0,6 Kilometer noch. Das sieht gut aus. Wir kämpfen wohl nur noch gegen Wutz. Und Wutz ist auch kaputt. Wutz ist auch kaputt. Das heißt, die Wertung geht tatsächlich an uns. Perfekt haben wir das getimed. Wutz wird Zweiter. Dann haben wir Piganzoli und Storer. Dann kommt Alaphilippe und Geschke. Also das ist richtig gut gelaufen für uns. Und wir versuchen jetzt natürlich in der Abfahrt mit Aurélien wieder ranzukommen. Aber ich sage mal so, in Sachen Bergtrikot war das jetzt schon eine kleine Vorentscheidung. Behaupte ich jetzt mal. Das sind 50 Punkte gewesen und das ist schon eine kleine Vorentscheidung. Und guckt euch mal den Abstand an, den wir mittlerweile ganz vorne haben. Wir haben 15 Minuten und 40 Sekunden Vorsprung aufs Hauptfeld. Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Gruppe ganz vorne eventuell auch den Tagessieger stellt. Ich werde jetzt mit Aurélien nicht arbeiten. Ich werde mich da an Pelizzari hinten dran hängen. Und wenn der nicht fährt, dann fährt er halt nicht. Aber den fahre ich nicht nach vorne, denn das ist der größte Konkurrent. Wahrscheinlich um den Tagessieg. Und ganz vorne warte ich jetzt quasi auf die Gruppe. Die wird wieder zusammenlaufen, weil, guckt euch mal an, das Flachstück, das ist ja unglaublich lange. Da kann ich nicht alleine fahren, das wäre ja völlig wahnsinnig. Gucken wir mal, ob der ran fährt. Ne, Pelizzari wird nicht fahren. Das heißt, die werden bald eingeholt. Und vorne kann ich mit Valentin jetzt natürlich auch mitarbeiten. Die Gruppe muss laufen, dass wir durchkommen. Ja, da arbeitet jetzt natürlich Machi Lusi, sie sind zu zweit. Wir fahren da mit, aber das wird nichts. Die werden gleich eingeholt. Gucken wir mal zum Feld. Die sehen uns da vorne schon. Also da wird es keine Chance geben für uns, wieder nach vorn zu kommen. Aber das brauchen wir auch nicht. Das ist also relativ wurscht. So, die sechs Mann vorne. Da bleibe ich dabei. Die werden den Tagessieg unter sich ausmachen. Das ist eine gute Gruppe. Wundert mich nicht, dass die durchkommt. Ungefährlich im GC, aber natürlich in Sachen Etappenjagd mit Wutz, mit Alaphilippe, mit Geschke. Das sind die alten Bekannten mit dabei. Die kennt man einfach schon seit vielen Jahren. Immer wieder in Gruppen, immer wieder gefährlich. Vor allem bei dreiwöchigen Rundfahrten. So, jetzt geht es gleich rein in den Schlussanstieg. Ja, es ist eigentlich nicht ein Anstieg, es sind mehrere Anstiege. Wird das fast in drei Anstiege kategorisieren und eigentlich ist nur der Letzte, wenn es steil wird, wirklich gefährlich. Ich glaube, vorher wird da nicht so viel passieren. Aber lassen wir uns mal überraschen. Man weiß es ja nie, vor allem natürlich in der Gesamtwertung müssen wir sehr, sehr wachsam sein. Ich platziere mich jetzt auch mal weiter vorne. Einfach aus Angst, dass da jemand attackiert und wir sind nicht dabei. Aber hier wird jetzt erstmal noch gar nichts passieren. Da können wir vorspulen. Der Einsatz vorne wird jetzt auch ordentlich hochgeschraubt. ist mir ehrlich gesagt zu schnell. Es gibt keinen Grund für mich so schnell zu fahren da vorne. Deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen mich zurückhalten. So, der Balken füllt sich wieder. Zehn Minuten Vorsprung noch 20 Kilometer ungefähr. Also das wird locker reichen. O'Connor leidet ein bisschen. Der hat keine gute Tagesform, aber es geht. Also der Einfluss ist nicht so schlimm. Aber wir werden natürlich auch Pogacar da am Ende Zeit verlieren. Das ist klar. Das ist uns aber auch wurscht. Wie viel Rückstand haben wir auf Pogacar jetzt schon? 9 Minuten 44. Was natürlich größtenteils durch die Zeitfahren zustande gekommen ist. Das muss man auch sagen. Die hauen da schon ordentlich rein. Und vorne steht die Gruppe jetzt fast ein bisschen. Wir könnten jetzt mal versuchen, die Gruppe zu sprengen. Ne, funktioniert nicht. hätte sein können, dass die sich teilt. Das finde ich immer ganz geil. Wenn jetzt 6 Leute sind und dann teilt sich das vielleicht. Oh, apropos teilen. Im Feld hat sich einiges geteilt. 32 Mann bloß noch vorne. Das ist natürlich interessant. Fortunato hinten, Quintana hinten, Belizarie. Wahrscheinlich keine gefährlichen, aber es ist trotzdem eine interessante Situation. Deswegen sage ich, man muss so vorsichtig sein. Dainese attackiert jetzt. Der will hier noch einen Sprintpunkt holen. Naja, gut. Bisschen lächerlich. Der hat 30 Punkte, ist 24. Seine Sprintwertung. Aber gut, wenn er noch vorne dabei ist bei den 32 Mann, dann ist das immerhin eine starke Leistung. So, da passiert hinten nichts, da passiert vorne nichts. Langwellige Etappe. Ich habe es fast befürchtet, dass da nicht so viel geht, weil das Delvio halt so früh ist und danach dieses ewig lange Flachstück, da passiert halt einfach nichts. Da erholen sich alle wieder und am Ende gibt es keine großen Abstände. Zumindest unter den GC-Fahrern. Jetzt fährt Rubio nach vorne. Bardet attackiert wieder. Der ist so angriffslustig. Lipovic fährt hinterher. Wo ist Martinez? Das müsste dann er hier sein. Jawohl. Also wir haben alle im Blick. Wir sind wachsam und die kommen auch nicht weg. Quintana arbeitet jetzt für Rubio. Jetzt geht Bardet schon wieder. Wie sieht es ganz vorne aus? Die fahren immer noch nebeneinander. Also wenn die weiterhin so trödeln vorne, dann kommen die nicht durch. Die Frage ist halt, ob man die irgendwie auch mal abhängen kann, aber es sieht nicht so aus. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Vielleicht ist der ein oder andere müde und den werden wir dann vielleicht los, aber wenn wir weiter so trödeln, kommen wir nicht durch. So, Rubio hat jetzt attackiert. Bardet, Danba. Alles egal. Das interessiert uns alles nicht. Das sind keine Konkurrenten für uns. Wobei Bardet ist, glaube ich, sogar mittlerweile ein Konkurrent. Der siebte, elf Minuten, neunzehn. Naja, ist schon ein bisschen Abstand, aber wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. So, Wendram kümmert sich jetzt um O'Connor. Wir verpflegen die gleich mal. Und ganz vorne haben wir das Tempo, wie gesagt, erhöht, aber wir kommen nicht weg. Das ist wirklich bitter. Die fahren auch nicht mit mir zusammen. Aber durchkommen tun sie. Also, da geht es jetzt halt um den Etappensieg. Die fahren alle nicht mit mir. Es gibt stärkere Fahrer als mich in der Gruppe. Ich kooperiere nicht. Die fahren alle nicht, weil ich stärker bin, oder was? Das ist natürlich heftig. Oh, es ist so nebelig. Man sieht kaum was. Das ist auch sehr interessant. Wäre jetzt natürlich mega gefährlich, wenn das hier in der Abfahrt wirklich so wäre. Lipovic gibt Gas. Der fährt jetzt all out für Martinez. Also, Martinez wird sich da jetzt noch Hoffnungen machen. Nicht auf den Tagessieg, aber vielleicht um ein bisschen Zeitabstände rauszufahren. Ja, und jetzt haben sie mich vorne attackiert. Das ist genau das Problem, wenn man vorne und hinten gleichzeitig steuert. Ich habe jetzt vorne das komplett verpennt. Und das werde ich auch nicht mehr aufholen. Die haben mich jetzt direkt um 40 Sekunden distanziert und damit ist der Etappensieg weg. Saublöd von mir natürlich. Wirklich saublöd von mir. Aber wenn man vorne und hinten guckt, ist das so schwierig. Ich werde da nicht mehr rankommen. Also, die drei kassiere ich wahrscheinlich noch, weil die nicht gut drauf sind. Aber ich glaube, hier ganz so liegen Wutz, das wird der Kampf um den Tagessieg sein. Oh Mann, ich hätte die Etappe gewonnen, glaube ich. Ich glaube, ich wäre der Stärkste gewesen. Ja, die drei hänge, ich hole locker ein, aber die anderen werde ich nicht mehr kassieren. Oh bitte, da habe ich einen Tagessieg weggeschenkt. Das muss man sagen. Schade. Schauen wir, dass wir es hinten nicht verpassen. Da geht nämlich jetzt Pogacar. Wir sind dabei. Immerhin hat Parapatre nochmal ein bisschen Bergpunkte geholt. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Aber gut gelaufen ist das jetzt nicht. zum Glück haben wir schon Etappen Siege. Sonst würde ich mich jetzt richtig krass ärgern. Auch stark, dass wir hier noch zu viert unterwegs sind. Guck dir das mal an. Und die brechen jetzt alle reihenweise ein und O'Connor ist noch da. O'Connor ist noch da und O'Connor ist sogar der Stärkste. Das ist ja Wahnsinn. O'Connor ist der Stärkste aus dem Feld raus. Dann kommt Pogacar. Also, wie sind die zwei Stärksten? Dann kommt Pogacar. Wo sind unsere Konkurrenten? Luzenko verliert Zeit. Martinez verliert Zeit. Badé verliert Zeit. Und wo ist eigentlich Tiberi? Uiuiui, Tiberi, der Gesamt Dritte. Und damit haben wir ihn eindeutig überholt. Und Sharon Thomas. Ei, ei, ei. Da haben aber einige geblutet jetzt. Die verlieren ja richtig viel Zeit. Von wegen, es gibt keine großen Abstände. Wir verdatteln also den Etappensieg, weil wir nicht aufgepasst haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir das Ding gewonnen hätten, wenn wir da nicht geschlafen hätten. Aber in Sachen Gesamtwertung machen wir einen riesengroßen Schritt. Wir überholen Tiberi nicht nur, sondern wir hängen ihn direkt ab mit zweieinhalb Minuten. Und wir sind jetzt auch näher gekommen an Sharon Thomas. Also, Platz 2 ist jetzt sogar in Reichweite. Aber unser Ziel bleibt Platz 3. Und dass Luzenko da unser größter Gegner ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich rechne aber damit, dass Martinez und Bardet vielleicht sogar auch noch, aber Martinez wird wahrscheinlich der große Konkurrent sein am Ende im Kampf um Platz 3. In der Bergwertung haben wir auch wieder einen weiteren Schritt gemacht. Michael Woods ist zwar ein bisschen rangekommen, auf Rang 2 vorgesprungen, aber wir haben jetzt einen satten Vorsprung von 59 Punkten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist schon die halbe Miete. Ich hoffe, wir halten das durch bis zum Ziel in Rom. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Schallt ihr wieder ein, wenn es heißt Sleven Streamsport. Sleven Streamsport Wo Gamer sich versammeln Vor dem Rechner gammeln Sleven Streamsport Lass uns feiern, lasst uns zocken Gemeinsam durch die Sportwelt rocken In Leidenschaft vereint Das nächste wie ihr erscheint Sleven Streamsport Sleven Streamsport